Tipps für ein gesundes Herz Männer sind doppelt so stark gefährdet, im Laufe ihres Lebens am plötzlichen Herztod zu sterben, wie Frauen. Das ergab eine US-Studie, die erstmals das Lebenszeitrisiko für den sogenannten Sekundentod untersucht hat. Andere Untersuchungen gehen sogar von einem dreimal so hohen Risiko bei Männern aus. Die Studie wurde von der American Heart Association veröffentlicht. Für sie werteten Forscher die Langzeitdaten von Patienten aus, die zuvor in der groß angelegten Framingham Heart-Studie, FHS, teilgenommen hatten. Für diese hatten sich Probanden mit gesundem Herz alle zwei Jahre untersuchen lassen. Ihre erste Untersuchungen lagen in den Jahren 1948 bis 2001. Bei ihren Untersuchungen berücksichtigten die Forscher auch die für Herzkrankheiten typischen Risikofaktoren Blutdruck, hohe Cholesterinwerte, Rauchen und Diabetes. Häufig werden die Symptome nicht ernst genommen und Erkrankte merken erst spät, das die Pumpkraft ihres Herzens nachlässt. Die Wissenschaftler analysierten die Daten von 2294 Männern und 2785 Frauen im Alter von 45, 55, 65 und 75 Jahren. Das Ergebnis zeigt, dass Männer, über 12 Prozent, gegenüber Frauen, maximal 6 Prozent, eine durchschnittlich doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit tragen, im Laufe ihres Lebens den plötzlichen Herztod zu erliegen. Das trifft in allen Altersgruppen zu. Die Forscher betrachteten hier das sogenannte Lebenszeitrisiko. Von allen Todesursachen, die Menschen im Laufe ihres Lebens haben, hat der plötzliche Herztod demnach einen Anteil von 12 beziehungsweise 6 Prozent. Er steht hier in Konkurrenz zu anderen möglichen Todesursachen wie Schlaganfall oder Krebs. Statistisch kann man diese Wahrscheinlichkeiten auch auf Altersgruppen herunterrechnen, zum Beispiel auf 45-jährige Männer. Als stärksten Risikofaktor für den Herztod ermittelten die Forscher Bluthochdruck. Ein 45-jähriger Mann mit einem mittelschwer bis schwer erhöhtem Blutdruck von über 160-100 mmHg hat laut der Studie ein Lebenszeitrisiko für den plötzlichen Herztod von 16,3 Prozent. Der plötzlichen Herztod kündigt sich meist mit Brustschmerzen, Atemnot und Schwindel an. Der Sekunden-Tus tritt dann oftmals in der Folge von Kammerflimmern ein. Mit einem gesunden Lebensstil hat jeder die Chance, sein Herz möglichst lange gesund zu halten. Besonders wichtig ist, dass die Gefäße elastisch bleiben. Sonst verkalken die Arterien, die Gefäße verengen sich und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt drastisch. Wer also vorbeugen möchte, tut seinem Körper Gutes, indem er mehrmals pro Woche moderat Sport treibt, sich gesund ernährt und auf Zigaretten sowie Alkohol verzichtet. Auch den Blutdruck sollte man regelmäßig kontrollieren. Er kann unbemerkt zu hoch sein und gefährliche Folgen haben. E. I. J. R.